Mein Name ist Florian W. Müller. Ich bin BFF Professional aus der Region NRW. Ich mache Bilder. Ich mache Bilder von Autos im Grünen. Ich mache Bilder von Autos in Grün, in der Nacht, im Wald oder auf der Straße, im Neonlicht oder im Abendlicht. Ich mache Bilder von Autos auf gerader Straße oder in der Kurve. Manchmal parken sie auch einfach. Ich mache Bilder von Dingen, die schweben und von Häusern, die groß sind. Ich mache Bilder von Käfern, die klein sind und von Tieren, die glitschig sind und von Tieren, die weg sind oder die zumindest fast weg sind. Ich mache Bilder, die verwirren und manchmal auch Bilder, die verworren sind. Meine Bilder sind eckig und meine Bilder sind rund. Da kenne ich überhaupt nichts, denn die Kreativität, die kennt keine Grenzen. Und plötzlich sitze ich nicht mehr bei mir im Garten, sondern im Auto im Maßstab 1 zu 18. Ich mache Bilder vom sympathischen Chaos und von kontemplativer Ruhe. Bilder von Menschen mache ich übrigens auch manchmal und die bewegen sich sogar. Das kommt vor. Es kommt auch vor, dass andere ein Bild von mir machen, aber nur dann, wenn ich auch gerade ein Bild mache. Oder wenn ich nachdenke. Das kommt auch vor und dafür werde ich sogar gebucht. Ab und zu bekomme ich auch einen Preis fürs gemachte Bild. Das freut mich sehr. Oder ich rede übers Bildermachen. Das passiert auch auf der Bühne oder im Workshop. Ich habe sogar einen eigenen Podcast, der heißt Shutter Talk. Und da spreche ich mit anderen über das Bildermachen, über die Ideen und die Geschichten hinter den Bildern. Ich mache Bilder von Herzen. Gern. War das zu schnell? Wir können uns auch gerne in Ruhe über Bilder und übers Bildermachen unterhalten.